Herzlich Willkommen! Mein Name ist Jos Scholte, Inhaber von Autospritzwerk und Karosserie Jos Scholte in Wesen. Hier sind wir in der Spenglerieabteilung. Wir reparieren hier kleine und auch größere Schäden. Hier sind wir in einem Vorbereitungsraum. Hier werden Autos geschliffen, gespachtelt, nachher gefüllt, abdeckt und bereit gemacht zum Lackieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn der Lack einbrennt, auf 60 Grad und wieder abgekühlt ist, kommt er in der nächsten Abteilung. Hier werden die Teile montiert und machen wir am Schluss noch einen Lackfinish. Unser Motto ist, qualitativ und termingerecht zu arbeiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie doch vorbei für einen kostenlosen Berater. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017